Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Plays Platoon 2 Online. Wieder dabei ist der liebe Miko XC. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wir sind sehr fertig. Und wir sind als Gegner. Wir sind Gegner. Ja, wir müssen gegeneinander kämpfen. Das ist nice, ne? Ich freue mich, damit ich endlich abziehen kann. Du wirst halt rasiert. Wir haben ein Thema vorgeschlagen bekommen. Das haben wir jetzt bis nachher von uns her geschrieben. Ja, richtig. Das Thema. Was war denn das Thema? Kläre uns auf. Welt ohne Menschen war das Thema. Ja, eine Welt ohne Menschen. Wie würde eine Welt ohne Menschen aussehen? Was sagst du dazu? Wäre das gut. Ja, was sag ich zu einer Welt ohne Menschen? Erstmal muss man natürlich dann resümieren, was machen die Menschen falsch? Und was würde die Welt besser machen, wenn die Menschen halt nicht da wären? Oder was würde sich verändern, wenn die Menschen halt nicht da wären? Ich würde mal anfangen mit Ressourcenverschwendung. Guckt euch unsere Menschen mal an, was wir an Ressourcen verschwenden. Fangen wir an mit der Abholzung des Urwaldes oder Regenwaldes im Amazonas. Oder das, was wir an Plastik halt einfach verbrauchen, wo sich Plastik halt so langsam zersetzt, dass das noch über Jahrhunderte auf der Welt erhalten bleibt. Das wäre alles ohne die Menschheit halt nicht da und wir würden den Planeten halt weniger vergiften. Ganz einfache Sache. Das auch. Aber jetzt nur die Frage. Jetzt nur die Frage. Es gibt ja zwei Szenarien, wie die Welt ohne Menschen aussehen könnte. Zwei Szenarien. Also das eine Szenario wäre, wenn die Menschheit jetzt plötzlich einfach aufsterben würde und alles so wie es ist, äh, einfach so wie es ist, alles stehen und liegen bleibt. Oder das zweite Szenario wäre, wenn die Menschen erst gar nicht aufgetaucht wären. Richtig. Was, wie würde die Welt heute aussehen, wenn die Menschen nicht aufgetaucht wären? Also, du könntest dir die Welt gar nicht so ohne, ohne jetzt Strukturen, wie die Menschheit aufgebaut, das gar nicht kaum vorstehen. Uns gottliches Verhalten. Also, du weißt, es würde, es würde auf jeden Fall, die Land, die Weltkarte würde nicht existieren. Es würde keine Weltkarte existieren. Es wäre einfach nur unendlich viel Land. Ich glaube, überall wäre einfach nur Wald und viel gespürt und Tiere überall. Wie soll denn überhaupt eine Weltkarte existieren, wenn der Mensch jetzt uns bekannt, äh, das einzige Lebewesen ist, was, ähm, sich selbst im Bewusstsein ist, dass er, äh, nicht instinktiv, dass es existiert. Und dass, äh, jetzt die Umgebung so, wie sie es halt wahrnehmen kann. Und nicht per Instinkt. Genau, wenn, aber ich gehe davon aus, wenn, wenn die Menschheit erst gar nicht aufgekommen wäre, dass die Tiere sich wesentlich weiterentwickelt hätten. Meinst du, dass es dann eine weiterentwickelte Spezies gegeben hätte, als die Menschen selbst? Nee, als die Menschen, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass die Tiere, ähm, wesentlich größer werden, weil die mehr Freiraum haben. Natürlich hätten sich die Tiere halt bei weitem weiterentwickelt. Ist ja bei, ist ja bei Tieren, das ist safe. Ist ja bei Tieren, die... Aber in welche Richtung? Wären sie schlauer geworden? Wären sie vielleicht dümmer geworden? Ne, schlauer würde ich nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass Tiere auf jeden Fall definitiv größer, definitiv größer werden. Denn es ist ja schon, es zeigt ja schon die, äh, Käfighaltung. Tiere im Käfig, Käfigen bleiben, werden wachsen nicht so schnell, wie Tiere, die frei leben. Ja, das ist wohl wahr. Und nicht nur das, äh, Tiere, die im Käfig sind, ähm, verlieren auch ihren Jagdtrieb. Oh Gott, wir haben gesuckt, Alter. Oh, mein Team wieder mal. Es ist so nice. Okay, gut, das war doch gar nicht so scheiße. Pech gehabt halt einfach. Ja, ich habe gewonnen. Ist halt mein Skill, ne? Dein Skill, ja, nice, natürlich. Klar. Du hast genauso wie ich gesuckt, Alter. Ja, okay, aber ich habe trotzdem, aber, aber ich glaube so, dass mein Team hat gewonnen. Bis gleich, Leute, bis gleich. Jupp. Hallo, Akito, willkommen bei uns in die, in die, in die Lobby, in die Lobby, in die, in die Lobby. Ja, ich, ich, ich kann auch kein Deutscher, obwohl ich Deutscher bin, aber, ja. Aber ja. So, das Thema, du warst, du warst gerade stinken geblieben beim Jagdtrieb, dass der Jagdtrieber vom Käfig halt verloren geht. Richtig, genau. Dann, denk, dann, dann würde ich behaupten, dass die Welt, wo der Mensch gar nicht aufgetaucht ist, dass die Jagdtriebe halt, dass die, die Raum, dass es mehr Jagdtriebe unter den Also es würde auf jeden Fall mehr Räuber geben, denke ich mal. Weil der Jagdtrieb, der stirbt halt wirklich bei Tieren aus, die, ähm, oh, den habe ich getötet, ähm, der Jagdtrieb stirbt halt wirklich aus bei Tieren, die, äh, in Gefangenschaft leben. Ja. Und, aber bei Tieren, die nicht in Gefangenschaft leben, da ist der Jagdtrieb halt nach wie vor vor vorhanden und das auch sehr stark. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass das, die Tiere, die, wenn der Mensch gar nicht existiert, dass die Tiere wesentlich, äh, die wären wesentlich gefährlicher, definitiv. Ich denke mal, auch die ganze Population der Tiere hätte sich anders entwickelt, was halt logisch ist, weil der Mensch, ähm, zerstört und, ähm, kontrolliert ja jetzt die Population bestimmt der Tiere. Ja, aber auch die, ähm, Züchtungen, ich glaube, viele Hunderassen hätte es ohne den Menschen gar nicht gegeben. Ganz genau. Ohne die Menschen gar nicht gegeben. Und deswegen gehe ich auch davon aus, wenn jetzt die Welt, wenn jetzt die Welt plötzlich, wo der Mensch ausstirbt, viele Hunderassen würden gar nicht in einer Welt ohne Menschen jetzt mittlerweile überleben. Denn, wenn du dir so, wenn du dir Shirowas anguckst, die werden vertreten. Wenn du dir Tiere, wenn du dir hier die, die, ähm, Hunde anguckst, wie Pudel, die würden sich ständig in der Lego verfangen. Eben, genau. Also es gibt schon, es gibt schon Tierarten, die würden halt gar nicht, die würden halt, die würden halt kein, die würden halt nicht lange durchhalten ohne, ohne, ohne Mensch. Also, die würden halt ohne den Menschen, ähm, gar nicht lange durchhalten. Ähm, aber, ja, es hätte sie ja nicht mal gegeben. Wie dann auch? Der Mensch hat einige, einige Hunde hatten halt gezüchtet und deswegen existieren die auch, wie jetzt ein Zwergspitz, Zwergspitzbriochi oder all diese exotischen, oder, oder Mops, oder Mops. Französische Bulldogge und all solche Geschichten, die hätte es gar nicht gegeben, wäre der Mensch nicht da gewesen. Und hätte nicht in die Natur eingegriffen. Und Tiere wie der Mops zum Beispiel auch gar nicht, komplett gar nicht ausgelegt auch zu jagen. Richtig. Darf haben sie eine Kacknase. Die würden halt gar nicht lange laufen können, ohne dass sie hecheln würden. Und dementsprechend würde eine Welt ohne Mensch, wenn, wenn die Menschen halt auch sterben, würden auch viele Tiere mit dran glauben. Ja. Tierarten. Also, ne, ich glaube, die Tiere, äh, den Tieren würde sogar besser gehen, wenn der Mensch nicht existieren würde. Ne, ich glaube, bei manchen nicht. Die Bienen sind doch jetzt auch schon am Aussterben. Ja. Und das ist weit auch schlimmer. Das ist weit auch schlimmer, denn mit den Bienen. Und, ähm, ja. Die Bienen brauchen wir. Die Bienen sind für die Bestäubung der Blumen zuständig. Wenn, wenn wir die Bienen halt verlieren, dann könnte das doof werden. Aber natürlich sind nicht nur die Bienen Bestäubung. Es gibt auch andere. Ich kriege ja nur auf die Fressel, ne? Aber trotzdem bräuchten wir, brauchen wir halt die Bienen. Die, die Leute hier gehen zu dritt auf einen los, ne? Zu dritt. Bei mir auch dasselbe. Unser Team hat gesuckt, Alter. Die waren scheiße. Was für scheiße wir sind, Alter. Und die Leute sind zu dritt auf mich gegangen, Alter. Zu dritt. Und man muss sich was geben lassen. Ja, gebt ihr das doch mal. Was für eine Kacke, Alter. Na, wir hatten aber auch Yoshi im Team. Und wir, wir, wir haben schon bewiesen, Yoshi suckt. Ne, Yoshi war sogar der Beste von uns. Ne, für mich finde ich nicht. Dadurch haben wir verloren. Finde ich auch nicht. Yoshi suckt. Scheiß Dino, Alter. Bück dich für Mario. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, hier sind wir wieder. Gretchen Kanal. Wir waren stehen geblieben. Bei, äh, dass sie zu dritt allein einen angegriffen haben. Oh Gott. Ich bin natürlich mit Yoshi im Team. Super. Super. Läuft hart. Naja. Yoshi suckt. Also Menschen, ne? Ähm. Was? Da, wenn, sagen wir mal so, wenn die Welt ohne Menschen, wenn die Welt, wenn die Welt ohne je ohne Menschen existieren, würde es wahrscheinlich auch Atomwaffen nicht geben. Natürlich würde es ja keine Atomwaffen geben, äh, Tiere könnten die Atomwaffen kaum entwickeln. Es würde keine krassen Tiere, Kriege geben, nicht, ne? Das Gesetz der Stärkeren würde halt herrschen, ne? Wie es in der Natur halt der Fall ist. Äh, natürliche Selektion nennt man das auch. Die Tiere würden sich halt selbst regulieren. Ja. Nerven mich doch nicht. Mann, Alter. Aber die Tiere würden sich halt selbst regulieren und dadurch, äh, wird es auch keine Überbevölkerung, wie jetzt ist es bei den Menschen halt der Fall ist. Äh, sie kommt ja vor, die Überbevölkerung ist ja da. Es wurde aber auch schon gesagt, dass wenn die Menschheit jetzt irgendwie, ich hab mal damals Dokus geguckt, wenn die Menschheit jetzt aussterben würde, würde, würde erstmal alles mit Moos bewachsen. Urwald holt sich zurück, was es, äh, was die Menschheit hier genommen hat. Richtig, die Welt holt sich das zurück. Aber. Was die Menschheit hier genommen hat. Aber, das, das Problem, das Problem ist auch noch, ähm, das, äh, wegrasiert, wegrasiert, Alter. Aber, das, das Problem ist, es würde trotzdem, es würde trotzdem, die Menschheit hat schon so viel auf dem Planet verursacht, mit dem Plastik im Meer, mit der Umweltverschmutzung, mit der Luft, mit der Abholzen, das würde Jahrhunderte brauchen, bis das eigentliche sich normalisiert hätte, wenn der Mensch, wenn der Mensch jetzt verschwinden würde. Natürlich für die, aber Jahrhunderte ist für die Erde nur ein Augenzwinkern in ihrem Alter mittlerweile. Die Erde ist nicht umsonst knappe 4,7 Milliarden Jahre alt oder irgendwie sowas war das. Und, ja, ich weiß, die ist schon sehr, ähm, das ist halt für die Erde, das ist ein Augenblick, die paar Jahrhunderte. Naja, wenn, aber wenn wir so weitermachen, wie bisher mit den ganzen Abgasen und alles, dann, dann, dann lebt die auch nicht mehr lange. Die Erde kann, die Erde kann sich selbst regenerieren. Das Problem ist eher später mal die Sonne. In ein paar Milliarden Jahren. Die Sonne würde irgendwann mal weg sein. Ja, aber auch die hier Kriege, werden wir durch die Kriege machen, weitermachen. Das werden die aber schlimmer. Ja. Das wohl wahr. Und irgendwann wird es auch hier. Viele haben ja Angst noch vor dem dritten Weltkrieg, aber, hm, ne? Da kann es halt auch nicht drauf haben, da die scheiß Blase hinter mich geworfen, Alter. Da kann es halt nicht drauf haben, falls so was mal passieren sollte. Da ist es ein Schicksal, womit wir uns dann abfinden müssen. Ja, das ist halt so, ne? Aber dementsprechend würde die Welt ohne Menschen, wenn die Menschen jetzt verschwinden würde, irgendwie nice aussehen, man hätte. Wenn ich jetzt der einzige Mensch, der überlebt hätte, hätte ich mal voll meine Ruhe, ne? Eben. Aber wer will ja schon, ne? Och man, ich werde andauernd getötet. Gut, wir reden gerade über ein Thema. Ich konzentriere mich eh kaum auf seinen Färben, aber... Ganz abgespaced. Die Sterne von Menschen würde existieren und Aliens würden hier landen, weil sie merken, da gibt es kein anderes Leben. Kein anderes Leben, ein menschliches Leben, ein intelligentes Leben. Tja, die würden die Aliens wohl ansiedeln. Die Erde ist doch reich an Ressourcen. Richtig. Aber da so wie der Zustand der Erde jetzt ist, würde doch keiner hier landen. So. Abgezogen. Das haben wir verloren, ja. Ich habe auch nichts gerissen gekriegt. Ich war echt scheiße. Ne? Ja. Also gut, so scheiße war ich gar nicht. Ich habe gut eingefärbt, obwohl ich über ein Thema rede. Aber ja. Bis gleich. Leute. W. U. T. Spack. Weicheier und Trottel ist wieder dabei. Ja. Genau. Weicheier und Trottel. Wir sind auch noch mit ihnen in einem Team. Nice. So ist das geil. Was? Das ist echt super. Das freut mich. Ich bin ja richtiger Fan von Clan Idioten. Ja, ich auch. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Welt ohne Menschen immer noch. Wir haben das Thema. Neues Thema von Welt ohne Menschen. Vielleicht hast du ja noch ein Szenario außer die beiden. Gibt es eigentlich nicht, ne? Was heißt anderes Szenario? So viele Szenarien hast du gar nicht bei Welt ohne Menschen. Was soll da, was willst du da ein anderes Szenario haben? Ja. Da gibt es eigentlich nur zwei Szenarien. Was würde passieren, wenn die Menschen einfach so von der Welt verschwinden, obwohl sie schon existiert haben? Aber das ist auch eine gute Frage. Ich habe mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen. Eine Welt ohne Menschen. Es kommt darauf an, wie die Menschen aussterben. Was würde passieren, wenn die Menschen aussterben durch den Atomkrieg? Richtig. Was wäre dann mit der Welt? Wie lange würde es brauchen? Gut. Wenn wir jetzt vom hoch, rein Plutonium ausgehen. Das hält sich 25.000 Jahre. Ungefähr ist die Halbwertszeit. Ja. Und sportlich verhalten. Dann kann man sich ja schon ausrechnen, wie lange es bräuchte, damit sich die Welt komplett regeneriert von so einem Atomkrieg. Ja. Ich kann halt nichts machen, ne? Das ist so dumm. Ich habe nicht genug Reichweite. Ich nehme gleich eine andere Waffe, Alter. Bei einem Atomkrieg kannst du halt echt auch nichts sagen. Alter, ich treffe halt nichts. Meine Waffe hat echt keine Reichweite. Wir haben dieselbe Waffe, oder? Oh. Das ist nice. Das ist halt wirklich sehr nice. Ja, wie gesagt, die Tiere würden halt durchdrehen. Es würden viele Tiere aber auch aussterben. Es wäre nicht für alle Tiere ein Vorteil. Haustiere, die gar nicht, die nicht mal gelernt haben, draußen wild zu leben. Haustiere, die Hunde, die daraufhin gezüchtet werden, von Menschen gefüttert zu werden. Ja, eben. Die würden einfach aussterben. Außer Hunde. Hunde haben ja noch einen gewissen Jagdtrieb. Die würden das wahrscheinlich schaffen. Aber wenn wir jetzt richtige gezüchtete Tiere halt hätten, die würden halt einfach aussterben. Die es auch nicht gewohnt sind, alleine jagen zu können oder sowas. Katzen zum Beispiel würden es halt auch alleine schaffen zu jagen. Wenn du nicht reine Hauskatzen halt hast, ne? Ja. Aber Zootiere, die im Zoo geboren sind, wissen doch nicht mal wie das ist. Richtig. Die würden halt auch eingehen irgendwann. Die würden Flick jagen können noch. Aber. Aber. Ja. Mr. Joschi hat mich getötet. Danke. Mist. Ich hab Yuki getötet, aber leider wurde ich dann von Mr. Joschi wegrasiert. Naja, macht auch nichts. Wir haben halt WUT-Typen drin. Das kannst du halt nicht machen. Ja, eben. Ja, aber. Zum Beispiel wenn ich zur Zeit auf einen warte, wenn man hinsprengt. Unsportlich. Katzen zum Beispiel, die würden halt einfach überleben, weil die halt Jäger sind. Die hätten damit nicht so ne krassen Probleme. Also. Hunde wiederum ist ne andere Geschichte. Auch Hunde würden viele überleben, aber es gibt halt ja auch Haushaltshunde und Haushaltskatzen. Die würden halt einfach eingehen, weil sie das so vom Menschen gewohnt sind, gefüttert zu werden. Ja. Das ist das ja. Die würden viele Tiere aussteppen. Pflanzenarten würden auch aussteppen. Da zählt auch wer der stärkt. Der stärkste Gewinn. Richtig. Die, die am meisten wuchern. Die die am meisten wuchern. Die die am meisten wuchern. Die die am meisten wuchern. Ja, ist ja echt so. Brombeerbüsche zum Beispiel. Wir haben gewonnen. Aber Blumen, die Zierblumen, äh Zierblumen würden am Ende gar nicht mehr existieren irgendwann. Ja eben. Also richtige Zuchtblumen würden auch nicht mehr existieren. Würden halt alles nur wild sein. Ja. Na Leute, ich würde dann sagen, bis zum nächsten Kampf. Ja. Gretchen Kanal. Wir waren stehen geblieben bei Katzen und Hunden und dem, äh, und ob der Mensch, ob diese Tiere überleben würden, wenn wir sie nicht mehr füttern würden. Mhm. Mhm. Also manche Tiere, ähm, haben wir ja schon gesagt, würden nicht überleben auf Dauer. Schafe zum Beispiel. Nee, Schafe würden einfach sterben. Aber, nee. Schafe sind Pflanzenfresser. Sie würden halt überleben, solange sie was zu essen haben. Aber sie würden getüntet werden von Jägern, ne? Welche, 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 bei welchen Tieren ist aber zum Massensterben gekommen, 100% zum Massensterben kommen wird, sind die Kühe. Denn die wurden darauf hingezüchtet, dass die immer Milch produzieren, selbst wenn sie nicht schwanger sind. Das heißt, der Euter würde irgendwann platzen, wenn da keiner, keine Zitzer dran gesaugt hat. Richtig. Das habe ich nämlich auch gehört, dass die halt, ähm, darauf gezüchtet wurden, nur noch Milch zu geben. Ja, und deswegen würde es bei den Kühen ein Massensterben geben, wenn der Mensch plötzlich verschwindet. Ja, eben. Das wäre halt krass. Das wäre halt krass. Weil die, weil normalerweise geben Tiere nur Milch, allgemein Säugetiere nur Milch, wenn sie Kinder kriegen. Wenn sie schwanger sind. Und, richtig, oder wenn sie ein Kind schon haben, die ersten paar Monate, dann kriegen sie Milch. Aber die Kühe, hier jetzt, wurden darauf hingezüchtet. Ja, wurden darauf hingezüchtet, einfach immer Milch zu geben, immer mehr, immer mehr. Das ist so behindert, Alter. Juki tötet mich halt einfach mit zwei Schüssen, das ist einfach so lächerlich. Ich, dieses Spiel ist einfach eine Lächerlichkeit für sich, ne? Ja, das ist halt so dumm. Das ist halt echt so. Und ich weiß, dass Juki-Cats nicht richtig, richtig gut ist in dem Spiel. Aber zwei Schüsse sind halt wirklich schon hart lächerlich. Das hatte ich aber auch schon öfter. Das hatte ich schon öfter bei allen. Das ist ja nicht nur Juki-Cats, das ist bei vielen so. So, wegrasiert, Juki. Äh, so, wo waren wir denn jetzt? Ähm. Naja, was auch nicht existieren würde, wäre Technik. Das heißt, wenn die Menschen hier existieren, würden von Anfang an oder wegsterben. Die Technik würde hier zwar jetzt, wenn die Menschen plötzlich verschwinden, da sein. Nein, die Technik würde vergehen. Sie hält ja nicht ewig, wenn der Mensch sie nicht wartet. Das ist das ja. Ohne den Menschen vergeht die Technik. Jemand muss sich ja um die Technik kümmern, damit sie weiter funktioniert. Das ist das Ding. Ja, aber die Technik, die Technik ist ja vorhanden. Die ist vorhanden. Aber halt nicht benutzbar ohne Menschen. Richtig, sie ist halt vorhanden. Aber ohne Mensch, äh, ohne Wartung. Ja, ohne Wartung. Würde einfach vergehen. Die würde zu hoch an. Ähm. Atomkraftwerke, wenn der Mensch sie wieder verschwindet, würden irgendwann einfach auslaufen. Und die Kühlung würde kaputt gehen und die würden explodieren. Richtig. Das heißt, die Kühlung, die Kühlstäbe, die müssen ja immer neue gemacht reingetan werden. Bei Atomkraftwerken, ja. Es würde zu Kernschmelze kommen. Ja, genau das ist das Ding halt. Irgendwann. Weil niemand wartet bei Atomkraftwerken. Ohne Wartung der Atomkraftwerke sterben die halt einfach, ne? Ich bin da richtig. Die Kühlung, die Kühlung, ohne Kühlung. Ist halt, ist halt vorbei. Dann warst das halt. Dann explodieren die. Ja. Da kann das hier auch nichts machen. Es würde überall zu Atomreaktionen kommen. Und das würde der erste, das wäre der erste Schritt, was passiert, wenn der Mensch plötzlich verschwindet. Richtig. Dass die Sachen explodieren. Und natürlich würde alles erst zu wuchern, aber im Laufe der Zeit würden die direkt explodieren. Das wird relativ kurz danach passieren, weil Kühlwasser muss immer weiter gekühlt werden. Wenn der Mensch das nicht kontrolliert, ja, scheiße. Dann fliegt das halt hoch, ne? Naja, die Kühlstelle werden nur alle paar Jahre ausgewechselt. Richtig. Und das ist... Und ich kriege... Ich kriege ein Skill. Für Zeitrechnung ist das doch schon wenig. Ein bisschen Skill. Sogar ein guter. Bis zum nächsten und letzten Kampf. Ja. So, die Endfrage sagst du ja eben noch während der Wartezeit. Die Welt... Wäre es besser, eine Welt ohne Menschen? Wäre eine Welt ohne Menschen besser oder schlechter? Ja. Aus... Aus unseren Standpunkten. Es ist das Fakt, dass wir sagen nein. Was würde ich sagen? Also, aus deinem Standpunkt sagst du nein. Ich würde eher sagen, ja, wäre sie. De facto wäre es... Wäre die Welt in gewisser Weise besser als jetzt. Ja, besser als für die Welt, aber aus unserer Sicht, wenn wir, wenn wir nicht existieren, kann ja nichts besser für uns sein. Richtig. Es kann nichts besser für uns sein, aber wenn ich jetzt aus der Sicht der Welt sprechen würde, hat das halt ohne den Menschen nur positive Aspekte für die Welt. Nur. Für die Welt ja, aber nicht für uns. Für also... Für uns definitiv nicht. Weil... Für uns als Menschheit nicht, aber für die Welt als Welt sicherlich. Weil wir als Mensch denken natürlich auch nur an unser Überleben. Das ist klar. Aber dafür verkifften wir halt den Planeten, der uns dieses Leben halt überhaupt ermöglicht. Ist das hier Fußballpokale drin? Basketballpokale, lol. Der Planet ist halt auch nicht unendlich. Irgendwann ist... Irgendwann kann der Planet nicht mehr und dann ist halt auch vorbei, ne? Richtig. Lol, ich wurde einfach von unten weg. Von dem guten Micro XC. Nein. Von oben. Bin oben, wurde er gesprungen. So, und das ist halt so die Endfrage. Ich würde halt einfach sagen, ja, die Welt ist ohne uns Menschen definitiv besser dran. Weil die Welt dann nur von instinktiven Lebewesen bevölkert wird, die halt wirklich auch nur das benutzen, was sie halt auch brauchen. Und wir Menschen leben halt im Luxus und holen uns halt Sachen, die wir halt eigentlich überhaupt gar nicht zu überleben brauchen. Menschlich gesehen ist natürlich klar, dass die Welt ohne uns nicht besser dran ist. Denn für uns... Ohne Menschen... Wenn wir darüber nicht nachdenken könnten. Denn... Ohne Menschen halt nichts besser, ne? Wie hat er mich gerade erwischt? Wie hat er mich gerade erwischt? Das kann nicht sein. Aber gut. Naja, objektiv gesehen ist es besser für die Welt, wenn die Menschen nicht wären. Also aus meiner Sicht... Weil Menschen... Also aus meiner Sicht, dass andere Menschen können halt auch... Ja. Ihr könnt auch übrigens in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht und was für Gegenargumente ihr habt. Das würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ja. Genau, da gibt es halt sehr viel Spekulationsfreiraum, ne? Und ähm, aus meiner Sicht ist es halt wirklich so, die Welt ist ohne die Menschheit besser dran. Weil, dem wird sich die Welt halt so entwickeln, wie sie ist, ohne dass der Mensch in die Natur eingreift. Aber aus menschlicher Sicht, ohne Mensch halt nichts besser. Haha. Wir könnten uns diese Gedanken sonst gar nicht stellen. Richtig. Dementsprechend würden wir es nicht toll finden, wenn... Also wir persönlich würden es jetzt nicht unbedingt toll finden, wenn wir plötzlich die Menschheit auch sterben. Ist ja klar. Also dann könnten wir auch nicht mehr mit euch Splatoon spielen oder euch unterhalten jetzt zum Beispiel. Auch wenn es jetzt ein ganz blödes Beispiel ist. Aber das wäre dann ja halt so der Fall. Aber... Ja. Aus rein objektiver Sicht, wie wir es schon gesagt haben... Im Jahr wäre die Welt halt, denke ich, wirklich besser ohne die Menschheit dran. Wegrasiert, Mimling. Du Lappen. Ah, Mann, ich werde nur gekillt hier, Mann. Ist doch nicht normal. Oh Mann, habt ihr gesackt, Alter. Letzte... Letzte Runde und ich werde nur geschlachtet. Hahaha. So wie eine Kuh, oder was? Nein, die Kuh wird ja Milch ausgenommen. Die werden ja selten geschlachtet. Ja. Ah. Aber Leute, so viel zum Thema, wäre die Welt besser ohne Menschen. Ja. Das war's dann auch schon wieder. Vielen Dank nochmal dafür. Vielen Dank nochmal dafür. Ich glaube, das war eine Mischung aus YukiCat und Caramel Cookies. Caramel Cookies Vorschlag, ja. Irgendwie sowas war das. Caramel Cookies Vorschlag und YukiCat auch nochmal dazu beigesteuert irgendwie. Richtig. Und ja, nochmal vielen Dank dafür, dass wir das gemacht haben. Wir haben ja gefragt auf unseren Discord. Schreibt weitere Vorschläge in die Kommentare oder auf YouTube, Miko XCs oder meinen Discord. Wir sind sehr gespannt, was da noch zusammenkommt. Und ihr dürft uns, in unserer Videobeschreibung ist auch ein Link, also auch ein Link sage ich schon. In unserer Videobeschreibung ist auch ein Link zu unserem Twitter-Profil und unser Freundescode, womit ihr uns adden dürft, denn ihr dürft jederzeit das machen. Und ja, soll ich die Abmoderation machen? Gut. Ja, dann mach du die Abmoderation. Ja, dann bedanken wir beide uns, dass ihr zugeschaut habt. Liked diesen Part und abonniert unsere Kanäle. Wir freuen uns immer über neue Abos, damit wir neue Themen bekommen und mit euch reden können. Und dann sagen wir beide Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Splatoon 2 Online mit Miko XC. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen könnte oder welche Projekte ich sonst noch starten könnte. Wenn ihr keinen Part mehr von Splatoon 2 Online mit Miko XC verpassen wollt, dann drückt doch einfach auf den nächsten Part oder auf die Playlist, um alles automatisch abspielen zu lassen. Sollte der nächste Part allerdings noch nicht hochgeladen sein, dann drückt doch auf den Vergiss-nicht-zu-abonnieren-Button, damit du nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.